Ja, ich sage euch jetzt noch mal was über die deutschen Journalisten. Die Lügenpresse, das Dreckspack, ja, die holen sich jetzt alle einen runter, Frauen auch, auf Jamaika, Jamaika, ja. Das ist doch deren feuchter Traum, die Jamaika-Koalition. Nicht, weil sie Bob Marley so gut finden, nicht, weil sie gerne kiffen, sondern weil dann die CDU grüner wird, ja. Also, die FDP interessiert die kaum, aber die wollen, dass es im Bund, eine Koalition, Schwarz und Grün gibt. Und die FDP, ob die mitmacht, ist denen egal. Hauptsache Schwarz und Grün zusammen. Denn, also wenn Grüne und Schwarze zusammen sind, dann hat die CDU wirklich ihre Identität total verloren, ja. Wenn die Partei Adenauers, aber selbst die Partei Helmut Kohl's, man muss gar nicht bis zu Adenauer gehen. Wenn die Partei Helmut Kohl's mit dem grünen Drecksgesindel zusammenarbeitet, dann kann kein im Bund, ja, natürlich in Baden-Württemberg ist es schon so, Aber wenn das auch im Bund so ist, dann kann kein Mensch mehr diese Drecks-CDU als konservativ bezeichnen, ja. Das zerstört die ehemalige Seele der ehemaligen konservativen CDU total. Und dann vielleicht noch ein grüner Außenminister. Schade nur, dass die FDP stärker ist als die Grünen, ne. Östemir wäre doch der beste Außenminister. Da würden die doch ununterbrochen wichsen, wenn Östemir das deutsche Volk in der Türkei vertreten würde. Da könnten die ja gar nicht mal aufhören mit wichsen, die volksverräterischen Journalisten. Und, na gut, dann wird Östemir halt Wirtschaftsminister oder Finanzminister, ne. Finanzminister wahrscheinlich, ne. Lindner wird Außenminister, Merkel bleibt Kanzlerin. Und dann überall grüne Bürokraten, Staatsminister und die Grünen durchseuchen die Bundesregierung. Und sie sitzen zusammen in tausend Ausschüssen mit der CDU, ne. Und die Grünen arbeiten mit diesen Grünen, und die Christdemokraten arbeiten mit diesen grünen Untermenschen zusammen, ne. Und dann ist es wirklich aus mit der CDU als konservativer Partei. Denn es ist auch, wer da noch, da kann doch kein Konservativer in der CDU mehr in den Spiegel blicken, weil man mit diesem Dreckspakt zusammenarbeitet, ne. Und wie viele Flüchtlinge dann auch kommen werden. Vielleicht wird Östemir doch gleich Flüchtlingsminister, ne. Dass dann der Östemir am besten nach Nordafrika fährt und die Flüchtlinge einfach abholt, ne. Oder dass dann, oder vielleicht, ja schade nur, dass dann die Aydan weg ist, ne. Die Özgürüz. Das ist vielleicht das einzige Problem. Mein Gott, wenn die Großkroko vorbei ist, dann ist die Aydan, unsere geliebte Türkin, nicht mehr im Kabinett. Das ist schade. Aber dafür Östemir als Flüchtlingsminister, ne. Und Vizekanzler. Wäre das nicht geil, ihr Drecksjournalisten? Wäre das nicht geil, ihr Drecksjournalisten?